So, das war der ganze Zauber jetzt quasi. Jetzt heißt es erstmal steigen, steigen, steigen. Und dann wollen wir etwa auf unsere Fluggeschwindigkeit von 200 Knoten auf 20.000 Fuß, das entspricht 260 Knoten Ground Speed. Habt ihr es dahin gemütlich? Ei. Gut. Irgendwas hat sich hier gerade eingeschaltet und zieht Strom. Mit diesem Druckinstrument bin ich noch nicht so ganz klar, was das will. Ob das einfach den Außendruck misst? Also das ist normal ein Manifold. Also ein, ich sag schon hier, Ansaugbrückendruck in Millimeter Quecksilbersäule oder Inch Quecksilbersäule. Und es tut auch irgendwas. Gestern hat es mal auf 11 gestanden, 11 bis 15. Mit steigender Höhe müsste das runtergehen. Ich habe allerdings keine Ahnung, was das tut. So. Ja, Temperaturen sehen gut aus. Kurs halten wir auch ganz gut, in meinem Anbetracht, dass wir hier durch die Superhöchstpersönlich fliegen. Geht's eigentlich. 9.000 Fuß haben wir. Wollen wir noch ein bisschen mehr Geschmackes geben. Wir müssen noch ein bisschen unseren Kurs korrigieren. Ah, und dann haben wir auch gleich die Wolken hinter uns gelassen. Das wäre ja ein Traum. Es türmt sich auf. Ach, guck mal doch, wie gut. So, bei 12.000 Fuß müssen wir die Supercharger in den großen Gang nehmen. Und dann schlussendlich, ähm, Spark Advance lassen wir an. Und, ähm, das Gemisch lassen wir für den Steigflug. Äh, können wir dann abmagern. Auch auf Autoline. Also sprich, äh, automatisch mager. Ja, das Klopfen, das bin ich hier gegen meinen, äh, Throttle. Der ist nicht so, ja, der, der hat, der ist nicht so smooth. Der ist mehr so, so ein bisschen rack. Da musst du, äh, vorsichtig sein. Ähm, ich kann halt hier die Tonspur auch nicht mehr nachbearbeiten. Das ist halt auch so ein bisschen murksig. Ähm, so, wir wollen ja so auf jeden Fall eine leichte Kurve fliegen. Auf 0,45 so rum. Oder 0,5. Das ist unser Steuerkurs. Ähm, das bedeutet, um es gerade nochmal in, in Worte zu fassen, ähm, so, wir fliegen über, was ist das hier, Sunbirth. Das ist, äh, hier, ähm, die zweite, oder die nördlichere Insel hier, die noch ist hier mit, mit Sandwick und Lurwig und hast du nicht gesehen, wie die jetzt heißt, keine Ahnung. Dann, äh, drehen wir ab zu der, nach Farröer. Und, ähm, dann geht's direkt nach Island. Wir fliegen nur über die Südspitze von Island auf unserer Welttournee. Das soll uns genügen. Funkverkehr haben wir halt, wie gesagt, keinen. Ähm, ich will, wie gesagt, auch noch, wie oft ich jetzt schon, wie gesagt hab, also, wie gesagt, gesagt hab, ähm, ich möchte noch im Wetzirn üben. Das mach ich nach diesem Flug. Werd ich mal gucken. Wir werden ja zwei, drei, drei Stunden werden wir fliegen mindestens. Ähm, so, Moment. Wir nehmen grad mal ein bisschen Gas zurück. Ähm, Manifold Pressure runter. Dann gehen jetzt die Supercharger in den großen Gang. Gang. Und dann geben wir wieder ein bisschen mehr Gas. Das sollte uns nochmal den nötigen Bums mitbringen, um unsere Zielflughöhe zu erreichen. Gleichzeitig gehen wir hier an den Mixture Level. Auto Lean und Lock. So, Drehzahl 2.500. Die können wir bestehen lassen. So, wir können, ähm, können mal einen Blick nach dem Autopilot werfen. Wir schmeißen mal den Gyro an. Der braucht immer ein paar Minuten, um hochzulaufen. Hier sehen wir die Steuerelemente. Das ist soweit in Ordnung. Dann müssten wir ansonsten, könnten wir hier noch ein bisschen anpassen. Aileron, äh, ist ein bisschen out of center, weil wir ja, ähm, steigen sind, aber, ähm, die anderen sind alle gut. Was ist denn der Marker Beacon? Brauchen wir den? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Muss ich nochmal nachlesen, was der macht. Ähm, so, wir müssen zwei Minuten abwarten, bis der Gyro hochgelaufen ist. 12.000 Fuß überschreiten wir jetzt gerade. Das heißt, ein bisschen mehr Schmackes auf die Motoren. Wir wollen den Innendruck im Zylinderkopf nicht, ähm, nicht über 200, äh, Square Pound, ähm, äh, Pound, über 200 Pound per Square Inch drüberjagen. Ähm, ja, das wäre schlecht. Aber was ist ein Glück, haben wir die Wolkendecke schon größtenteils unter uns gelassen. so, ja, ein bisschen Schlangenlinien fliegen, aber das hat auch gleich ein Ende. Eine Minute warten wir noch. Ich weiß nicht, ob der angeht, aber es hieß, zwei Minuten. ähm, ich halte die lieber ein. Ähm, dann können wir hier mit dem Servo Engage die, ähm, Kontrolle an den Autopilot übergeben. Altitude Control aktivieren wir dann ebenfalls und dann können wir hier über das Rädchen hier climben. Das heißt, wir stellen eine feste Climb Rate ein. Mehr kann der auch nicht. Ja, Richtung, Richtung halten, also geradeaus fliegen, beziehungsweise mit dem Turn, äh, Knopf hier kann man drehen. Ähm, und er kann dem Funkleitstrahl folgen beim Landen. Ja, und das war's auch schon. Beides, finde ich, ist mit Vorsicht zu genießen, also Landen mache ich lieber von Hand, dann, ähm, bis ich mich mit diesem Autopilot mal mehr auseinandergesetzt hab. zwei Minuten sind um, das heißt, wir aktivieren die Kupplung. Dann muss ich kann mal hier runter, weil nicht, dass ich hier den Hebel anschmeiß. So. Der hat dann die Tendenz, erst mal so einen Schlenker zu machen. und dann stabilisiert sich alles. So, dann legen wir die Altitude Control ein und ziehen gleichzeitig am Climb-Hebel. Ziehen gleichzeitig am Climb-Hebelchen. Na? War der an? Anscheinend müsste er erst ein bisschen Tempo fahren, ich weiß es nicht. Oh, die Landing Lights brauchen wir jetzt nicht mehr. Oder kann der nur sinken? Ne, wir haben ihn jetzt maximal auf Climb gestellt. Ähm, wir haben eine sehr begrenzte Einstellmöglichkeit. für den Autopilot. Also bedeutet, ähm, er kann sich nur in einem sehr begrenzten Rahmen hier, ähm, im Yoke bewegen. Und der ist jetzt auf Anschlag. Das heißt, wir brauchen eine gewisse Mindestgeschwindigkeit, um wieder zu steigen. deswegen machen wir jetzt richtig Fahrt. Ähm, Seedbelt und No Smoking können wir abschalten jetzt. Müssen wir ein bisschen die Lautstärke runterdrehen. Hier wird es jetzt persönlich zu laut. Guck mal ins OBS rein, da, mh, drehe ich die Lautstärke vom Stream mal ein bisschen runter. 60 Prozent. Ich hoffe, das passt. So, und jetzt sollten wir gleich in einen leichten Climb gehen. Altitude Control. Der macht gar nichts. Ist der an? Der ist an. Hm. Ich kann mal gucken. So, jetzt ist der Strich in der Mitte. Das Hebelchen ist auf On. Oh, eben. Da hat irgendwas nicht gestimmt. So, jetzt fängt er nämlich an. So, jetzt hat er sich ausgeschwungen gleich. und jetzt sollten wir durch das Drehen am Hebelchen müsste der Joke jetzt zu uns kommen. Ach ne, Hold Altitude muss ich ausmachen. Ich Idiot. Sorry. Stepp. Bei Hold hält er ja. So. Ja. Mein Fehler, ich hab den erst einmal benutzt, den Autopilot. So, weil wir wollen ein bisschen Tempo. Also Tempo haben wir ja ordentlich, aber wir wollen jetzt noch ein bisschen Höhe. Und, ähm, wir steigen jetzt noch mal relativ straight. 1.000 Fuß pro Minute. Ja, da läuft es schon eine Stunde. Guck, wir sind jetzt gerade am, immer noch am steigen. Vielleicht natürlich eine leichte Kurskorrekturen vornehmen. Das machen wir jetzt halt, wie gesagt, alles im, ähm, entspannten. Ganz sanft nur, da die Menschen im Flugzeug jetzt auch anfangen herumzulaufen und, ähm, irrsinnig herumwandern und hast du nicht gesehen. Ähm, außerdem haben wir gleich, ähm, einer Minute müssen wir ein bisschen Kurs ändern. Das heißt, wir bleiben jetzt auf 0,5. So, kann man nach den Motoren gucken. Öl sieht gut aus, Fuel sieht gut aus. Fuel ziehen wir halt momentan 800 pro Maschine durch. Also 800 Pfund pro Stunde pro Motor. So, Left Turn auf 3, 0, 7 steht als nächstes an. 3, 2, 1, now. Dann machen wir das auch. So, 15.000 Fuß. Ich will ein bisschen mehr Climb Rate haben. Coal Flaps lassen wir noch mal auf, ähm, eine Stufe können wir so bestimmt noch zumachen. Ja, ja. Ein bisschen die Drehzahl reduzieren. so, 3, 0, 7. Dann müssen wir allerdings, ähm, ein paar Grad drüber drehen, da wir uns jetzt schon ein bisschen nach, äh, zu weit rechts befinden, den Steuerkurs. ein bisschen mehr Schmackes hier. 46, ähm, Inch Quecksilber-Säule wollen wir machen für Climbing. Dann bleiben wir auch knapp unter den 200, äh, Square Pound, äh, Pound per Square Inch. So, äh, Kurs ist gleich bei 3, 0, 0. Die werden wir wahrscheinlich anpeilen müssen. 3, 0, 6. Wir haben jetzt 116 Meilen vor uns. Dauert 30 Minuten bis zum nächsten Lag. Ähm, das heißt, ich setze den Timer mal zurück. Dann haben wir das hier immer so ein bisschen im Groß. Der kann leider nur die Zeit vorwärts und rückwärts zählen. Ist ein bisschen schade. So, 16.000 Fuß haben wir. Kurz mal gucken. Kabinendruck passt. Kabinentemperatur sieht auch gut aus. Ja, alles gut. Ähm, oh ja. Ups. Gerade. Schnabbel die Bigs. Jetzt warten wir kurz und dann drehen wir wieder bei auf Steuerkurs 3, 0, 7. So wie hier der Strich anfängt in die Mitte zu wandern. Sehen wir, hier sehen wir es besser. Ja, der ist jetzt bei 3, 4. ist halt außerhalb des Anzeigebereichs. 3, 3. Der kommt jetzt so langsam bei. 3, 2. Wir wollen, wenn wir jetzt nämlich ein paar Grad zu viel abweichen, dann fliegen wir komplett in eine andere Richtung. Das wäre schlecht. 17.000 Fuß. da reißen wir die Nase nochmal ein bisschen hoch. Mehr Steigrate. Spark-Advance schalte ich mal ab. Sieht man auch gleich wieder Verbrennungsdruck ein bisschen zurückgeht. Hier sind wir bei Minus 2.1. Das heißt, der Zeiger fängt sich jetzt bald an zu bewegen. Da kommt er. Das bedeutet auch, wir bewegen uns langsam wenige Grad. Und ein bisschen früh, ein bisschen voreilig. Ich habe übrigens noch andere Liverys für die Flugzeuge. Also hier sind noch andere Lackierungen, die dabei waren. Fünf oder sechs Stück habe ich mal runtergeladen. Da haben wir also, also das hier ist die Originallackierung beziehungsweise die letzte Lackierung, in der die Red Bull Maschine gehalten war. halt hier nur ergänzt durch das PMDG-Logo und hier das XP for X-Plane und hier aber ansonsten ich glaube das The First Around the World, das ist auch In Memory of Chris Schutte. Den kenne ich gar nicht. Weiß nicht wer das ist, aber schön, dass man sowas macht. Ich muss mal nachlesen, wer das war. Ich finde das immer nett. Wenn man was weiß ich, ob das jetzt ein Entwickler war oder ein Pilot. Ich google den netten Herrn mal, dass wir mal wissen, was der gemacht hat. Ja. Ja. Ich bin noch am gucken. Hm. Also er war auf jeden Fall Pilot. War er vielleicht der Erste, der mit der... Ah ja, hier. So. Es dauert, es lädt. Ich hasse, es wenn es lädt. Ah, okay. Okay, ähm, also er war Pilot und ein Betreiber von der Fluggesellschaft, ah ne, er hat bei der südafrikanischen Fluggesellschaft SAA gearbeitet. Und, ähm, hatte ein Charterunternehmen für ein- und zweimotorige Flugzeuge für Namibia und, ähm, ihm ist es quasi zu verdanken, dass die, ähm, letzten beiden, äh, DC-6, äh, noch existieren. Er hat sich da quasi sehr in die Erhaltung, ähm, reingekniet. Das finde ich sehr nett vom PMBG-Team, muss ich wirklich sagen. 71 ist er gerade mal geworden. 2010 gestorben, der arme Mann. Ja, heutzutage kein Alter mehr, wenn man das denkt, so, ne? Furchtbar. So, ähm, muss ein bisschen, von lauter, 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 bin ich ein bisschen vom Kurs ab. Ja, unter uns ist nichts. Das müsste von der Optik her, ähm, ist das schon verrührt? Ja. Wie praktisch. Also, das ist gerade verrührt. Da müsste noch so eine kleine Niebeninseln sein, hier unten irgendwo. Ha, der Zufall wolltest du. So, die letzten Fuß. Climbing, komm, Mädel, du schaffst das. Das ist ja, das ist ja Quälerei. Ei, ei, ei. So, wir wollen mal Kurs, bevor wir es wieder übertreiben, jetzt sind wir nämlich schon 30 Grad wieder drüber gedreht. Der Zeiger kommt schon, das heißt jetzt so langsam, aber sicher, sollten wir mal den richtigen Steuerkurs eindrehen. Ähm, so, den stellen wir jetzt auf Halten. Dann gucken wir, wenn wir 200 Knoten erreichen wollen, jetzt nehmen wir erstmal hier Verbrennungsdruck zurück. Supercharger auf Low, Coal Flaps Close. Ähm, wir brauchen etwa rund 35 Pound per Square Inch und 2100 Umdrehungen. So, 35 bis 38, also irgendwo zu den 35 und 40 habe ich gestern so für mich herausgefunden, macht einen schönen schlanken Fuß. Ähm, Steuerkurs passt, den drehen wir in die Mitte, das ist alles gut, Sonne scheint. Ähm, so, hier oben ist alles gut. Special Cruise ist aus, kurzen Überblick hier mal werfen, Öltemperaturen sind gut, Ansaugtrakt ist eisekalt, Zylinderkopf ist im, naja, knapp außerhalb des Grün. Lassen wir nochmal ein bisschen kühle Luft ran für ein paar Minuten. So, Fuel Flow, den wollen wir so ein bisschen auf, auf 6, äh, 600 Pound, äh, per Hour pro Maschine etwa haben. Fuel und Öl Pressure ist gut, hier oben gerade mal einen Blick reinwerfen. Alles gut, hier oben müssen wir aber auf 0 bis minus 40 stellen. Ähm, ja, Automatic Feathering, mach mal an, falls was ist. So, Öl, da sehen wir es schon wieder, die 3, die 3 ganz besonders und die 4, die ziehen beide Öl durch, irgendwie viel. Ich frag mich nicht, warum. So. Ich glaub, den Button beleg ich mal anders, da langt mir der. Ich wollte hier grad mal gucken, ähm, die Wing Heater arbeiten, nein, ist in Ordnung. Hm, Kevin Heater arbeiten. Dann, das ist, glaub ich, nur hier die Zündung dafür. Check Single Ignition, also musst du dann einschalten. Und deswegen hat man das nicht gemacht. Hier sind die beiden Heater Buttons, die müssen an. Und der Prop, die Eiser, ähm... Wo seh ich den denn? Dann müsste es eigentlich einen Ampere Meter geben für. Weil das sind die Wing, Cabin Tail, Left Wing, äh, Right Wing, die Fuel Pressures, dass das in Ordnung ist. Pfeiler und Scoop-Liter. Ist der da oben? Nee. Auf der 9. Die 9 hatte ich eigentlich umbelegt. Können wir grad nochmal machen. Momentan geht's eh nur grad aus. Weil hier ist ja der Sitz des Navigators. Und dann mach ich das so. So. Bisschen zurück. Dann haben wir nämlich hier so den, den Überblick. Ähm, dann speichern wir das unter der 1. Dann haben wir die 0 so, die 1 so, die 2 geht dann wieder hier hoch. Und dann können wir nämlich hier auch nach oben gucken. Und können, ähm... Gibt mir hier keinen, ähm... Komisch. Normal. Sollte der hier ein paar Amps anzeigen, oder? Ah. Dauert ein bisschen, ja. Also hier laufen ein paar 100 Ampere durch. Beziehungsweise 100 Pro Propeller. Gut, ähm... Wir haben noch eine Viertelstunde etwa. Auf dem Abschnitt zu fliegen. Tempo nehmen wir jetzt langsam, aber sicher auf. Momentan haben wir, ähm... 251 Knoten Ground Speed. Ähm... Viertelstunde. Sagt er uns jetzt noch. Ja, passt. Richtung... Die passt so. Da müssen wir vielleicht noch ein, zwei Mal nachkorrigieren. Äh... Fliegen auf 307 Grad. Also es ist alles Sonne. Gut. Ähm... Ja. Dann lassen wir das einfach mal so ein bisschen fliegen. Ich hol mir mal eine Tasse Kaffee. Derweil. Derweil. Untertitelung des ZDF, 2020